Ein Lebenshof ist kein Nutztier mehr, du nimmst die Tiere auf, wobei ich jetzt meine eigenen Tiere behalten konnte. Ich hätte ja alle Tiere weg und dann einfach nur die Tiere aufnehmen, die mir andere bringen. Da wollte ich jetzt meine Welle behalten und es sind jetzt keine Nutztiere mehr, es sind meine Haustiere, es sind alles meine Haustiere. Der Lebenshof ist einfach, Tiere dürfen leben, sie werden nicht mehr geschlachtet. Sie dürfen hier sein, wie wir auch hier sein dürfen. Es sind jetzt etwa 53 Tiere und wir können alle nehmen. Also das habe ich schon immer, auch Kälbchen, sie haben immer einen Namen bekommen.